Hallo zu einem kurzen Special. Ich bin Sascha von ShortReview und die Szenen, die ihr gerade gesehen habt, stammen von einer German Comic Con aus Dortmund. Ich war im Dezember letzten Jahres mit meiner wirklich coolen Journalistenkollegin Claudia Janet Caller vor Ort und wir haben uns dort mit den Stars der erfolgreichen Zombieserie Zed Nation unterhalten. Da war Pise Pau alias Cassandra, Russell Hodgkinson, der Steve Dock Beck spielt und Keith Allen, der Patient Zero alias Murphy. Und sie haben uns liebe Grüße an euch Fans mitgegeben. Das Filmmaterial hat Claudia aufgenommen und wie ihr seht, auf der Con war richtig was los. Tausende von Besuchern bahnen sich ihre Wege von Halle zu Halle, standen vor Ständen von Labels, Verlagen und Händlern. Mann, da kann ich noch echt lange drüber sinnieren. Jedenfalls, Hingucker waren auf jeden Fall die unzähligen Cosplayer in Kostümen, ihre absoluten Lieblinge aus Film, Fernsehen, Anime, Manga und Comic. Was da an Mühe, Zeit und Liebe reingesteckt wurde, ich bewundere es. Das habt ihr super, klasse, toll gemacht. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und dass ihr auch überhaupt euch die Zeit genommen habt, sich mit so vielen Menschen zu fotografieren. Also, ja, macht weiter so. Das ist echt, sonst hätte ich ja nichts Schönes zu zeigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zombies on Walking Dead waren natürlich große Themen. Übrigens, dieser Stand gehörte zu einer Walking Dead Gruppe, die, ja, Live-Rollenspiele aus dem Walking Dead Universum machen. Ein Highlight, auch auf dieser Con, waren die zahlreichen Gaststars, die für einen Beitrag Autogramme und gemeinsame Fotos gaben. Und jetzt hier sind sie, die Grüße von Pise Pau, Russell Hutchinson und Keith Allen. Hallo, Germany. This is Pise Pau. I play Cassandra on Z Nation. You have Season 1 over here. We have just finished shooting Season 2. We have been signed to do Season 3, so very, very exciting. I don't want to give you any spoilers, but I will say that Season 2 is very exciting. A lot more action-packed, a lot more zombies. Cassandra goes through some major changes, so I hope you guys tune in and watch the show. Thank you. Hello, everyone. My name is Russell Hutchinson, and I play Doc on Z Nation for the Sci-Fi Network. We just got picked up for a third season. I'm here in beautiful Dortmund, Germany, for the Comic-Con, and I'd love to meet you all. Thank you for watching. Dankeschön. Hello, this is Keith Allen from C-Nation. I'm here in beautiful Dortmund at the Comic-Con, German Comic-Con, and enjoying the crowds and the people, and having a great time. Hope to see you here. Das war's für diesmal. Ein paar weitere Stargrüße habe ich noch, aber die gibt's im nächsten Video. In der Zwischenzeit könnt ihr ja mal auf www.shortreview.de reinschauen. Dort gibt es Reviews zu Film, Game, Anime, Manga, Comic, Buch und Hörspiel, sowie interessante Artikel und Interviews. Oder verfolgt Short Review auf Facebook für aktuelle News.